Die Brüngländische Landesstraßenverwaltung setzt im Rahmen des Verkehrssicherheitsplans gezielt Schwerpunkte, um die Sicherheit auf Brüngländstrassen sukzessive weiter zu erhöhen. Eine weitere wichtige Maßnahme wird bei der Arena Mattersburg umgesetzt. Die hohe Verkehrsfrequenz beim Kreisverkehr S4, B50, machten eine Umplanung der Kreuzung notwendig. Nach intensiven Gesprächen der Abteilung 8 mit der ASFINAG, dem Betreiber der Arena Mattersburg und der Stadtgemeinde Mattersburg wurde entschieden, den Kreisverkehr zu einer Ampel geregelten, vierarmigen Kreuzung umzubauen. Die Arena West wird über den Zubringer S4 ebenfalls Ampel geregelt angeschlossen. Mit dieser Maßnahme werden die Leistungsfähigkeit und die Verkehrssicherheit erhöht. Gut, Verkehrsproblem Arena Mattersburg-Bundesstraße. Es gibt jetzt eine Lösung, das heißt 2016 wird es eine Lösung geben mit Umbau von einer Ampel. Es ist so, dass dort natürlich der Betreiber, das Land und die Gemeinde jetzt eine Lösung gefunden haben, wo dann der Verkehr anders geleitet wird, wo es dann zu keinem Stau kommt. Und es ist wirklich erfreulich, dass es jetzt Gott sei Dank endlich eine Lösung gibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017